Vielen Dank! See you later, Ligede! Tja, Freunde, wir wollen natürlich heute auch ein bisschen mit euch zusammen singen und das werden wir jetzt mal checken. Und wir reagieren dann wieder auch auf die aktuelle musikal-marktechnische Situation. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, es ist schon wieder eine Weile her, dass viele Künstler ihren Echo zurückgegeben haben und so müssen auch wir uns inhaltlich anpassen. Ich hätte gerne erstmal eure stimmliche Bereitschaft. Gebt mir mal ein Hey! Hey! Das war ein kompletter Verwecker, Freunde. Ich weiß nicht, vielleicht ist der Text nicht für euch, aber ihr müsst schon ein bisschen lauter mitmachen, ein bisschen lauter. Gib mir ein Hey! Jetzt kommt doch langsam in die richtige Richtung. Also, wenn ich hier schaue, dann gibt es für mich nur zwei Ansätze. Entweder Arbeitsverweigerung oder es sind viele Bauchredner im Publikum. Das heißt, jetzt noch mal tief durchatmen. Gib mir ein Hey! Ich nutze doch, gib mir ein Ho! So, und jetzt gebt ihr uns ein Echo und wir geben euch das Echo zurück. Wo-oh-oh-oh-oh-oh! Wo-oh-oh-oh-oh! Wo-oh-oh-oh-oh-oh-oh! Wo-oh-oh-oh-oh-oh! Das könnt ihr stundenlang machen. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass ihr jetzt sehr laut mit singt. Denn ihr wisst ja, wir sitzen ein bisschen erhöht und ein bisschen in die Form. Das heißt, ihr müsst jetzt wirklich alles geben. Ne, habt ihr seid ihr bereit? Gib mir ein Ja! Bis bald!